Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Blick vom Wullesteg auf die B14 und da gibt es wohl demnächst eine Veränderung, also Asphalt wird bald reinkommen, so wie es aussieht. Und vielleicht ein bisschen Fahrbahnverschwenkung. Oder ist es Baustelleneinsichtungsfläche und wird erst noch als Fahrbahn genutzt, wenn BA23 fertig ist. Kursglenzer Kursglenzer Krechling Kursglenzer Kursglenzer Danke für´s Zuschauen und bis zum nächsten Mal, tschau!